Das können Sie mir mal glauben. Ohne mich, da hätte nicht nur manch einer ans Gras gebissen, sondern, was die Gangsters sind, die wären vielleicht mit heiler Haut davongekommen. Ja, also Spaß muss einherrschaften, ne? Ihr wollt also, dass ich die Geschichte mal zum Bessen gebe? Nein, dann will ich mal mit einer frischen Brise mitten hineinsegeln in die Ereignisse. Also, das fing so ganz dickum an, ohne dass man das gemerkt hat. Nämlich, äh, Mr. Boone, Juniorpartner von der Londoner Anwaltsfirma, sitzt eines Tages so ganz ahnungslos an seinem Büroschreibtisch und da plötzlich... Ja? Da brachte seine Sekretärin meinen Tee. Ah, vielen Dank, Miss Prince. Stehen Sie doch bitte meine Tasse einfach hierher. Bitte, Mr. Boone. Ich hab' Ihnen auch die Abendzeitung mitgebracht. Wir sind natürlich wieder mal reingefallen. Ach, du lieber Gott. Wieso denn? 4 zu 1, wir Schottland. Ich hab' Ihnen doch schon mehrmals gesagt, Miss Prince, dass ein Anwalt sich für Fußball erst dann interessiert, wenn... wenn ein Schiedsrichter misshandelt wird und Schadenersatz verlangt oder dergleichen. Dergleichen. Vielen Dank.